hallo und herzlich willkommen zurück zu let's play minecraft ihr seht es hat sich ein bisschen was getan seit der letzten folge unter anderem haben wir hier einen weg unsere allee praktisch und dann da unten den park das liegt daran dass meine letzte aufnahme so ein bisschen verkackt habe ich habe da mal was neues ausprobiert wie ich gemerkt habe ich habe minecraft mit fraps nicht in full size sondern mal auf half size probiert das ergebnis war dass die aufnahmen total umscharf gegangen geworden sind und ich meinte die praktisch eigentlich nicht mehr auf youtube hochladen zu können und ich gedacht habe so eigentlich so geht es nicht jetzt nämlich minecraft jetzt hier wieder mit 16 17 fps auf ich muss mir da mal irgendwie was anderes mal einfallen lassen aber so wie es jetzt ist geht es eigentlich einigermaßen wir werden das jetzt einfach mal probieren in dieser aufnahme irgendwie müssen wir hier jetzt auch mal weiter kommen ne so apropos weiter kommen wir wie machen wir jetzt mal weiter wir haben dort unten unsere allee mit unseren bäumchen die müssen da jetzt wachsen hier oben können wir eigentlich großartig erstmal nichts weiter machen deswegen ja deswegen könnten wir ja eigentlich könnten wir eigentlich könnten ja eigentlich mal unseren bunker da hinten oder bleiben wir hier wir wollen ja noch ein lagerhäuschen machen und ich glaube dafür weiß ich glaube ich was wir machen können fangen wir mal hier an fangen wir mal hier an wir probleme ab so 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 dann muss alles klappt dann machen wir das anders dann machen wir hier wieder zu und gehen ein früher und gehen ein früher in die oder wo machen wir das da machen wir das hier entschuldigung jetzt bin ich gerade hier war ich gerade ein bisschen weiter weg vom mikro wenn ich mich gerade ein bisschen leise angehört habe tut mir das leid so graben wir uns mal hier rein ich weiß noch nicht wie tief habe ich fackeln ja okay jetzt aber beim stein beim stein ist doch eigentlich eine sehr gute basis okay ich mache hier mal hier geht zwar wenn du von unten hochkommst du 55 wenn du dann wieder hochkommst dann hast du ja wenn du dann wieder hochkommst dann hast du wieder 19 das ist ein bisschen ich will nicht sagen krampfig aber es nervt einfach nur und ich hoffe ich finde dafür irgendwann mal eine lösung jetzt aktuell ist das einfach nur nervig so soll ich mal noch weiter runter ich gehe mal noch weiter runter mal sagen wir mal noch ein so hier ist doch einigermaßen gut ich gehe mal in die richtung regnet das draußen das hört sich so nach regnen an das ist von der musik ne das regnet draußen das ist ja geil äh haben wir noch zaun na ist auch egal äh so ähm haben wir hier eine fackel hin ist die frage machen wir uns jetzt so einen riesigen raum eigentlich ja schon ich mache das hier eigentlich gerade alles sehr spontan deswegen wenn es ein bisschen planlos aussieht es ist planlos wir gehen hier jetzt erstmal in die tiefe wie gehen wir denn ja sagen wir mal von hier aus 10 ok 10 dann sind wir jetzt bei 4 5 6 7 8 9 10 ach da ist ja draußen noch die lava ne stimmt ja also die maushalle hallackt ein bisschen meine maus lackt ein bisschen ich darf ja hier die lava nicht vergessen nicht dass mir das ein gehöriges problem macht das habe ich ja gar nicht bedacht ok gucken wir erstmal wenn uns die lava immer noch probleme macht können wir immer noch sagen äh ok dann gehen wir doch in die andere richtung ich hoffe mal das müssen wir nicht aber sind ja eh jetzt wir waren doch schon bei 10 ne 1 2 3 4 5 6 8 9 10 siehste so von hier aus gehen wir dann 1 2 3 4 5 1 2 3 4 uah scheiße das habe ich erwartet ach du scheiße ja das können wir dann direkt vergessen ja geil ja ich sag nur pro gamer ne scheiße scheiße was mache ich denn jetzt ähm gut ich würde sagen ähm alles auf anfang wir machen hier jetzt wieder komplett zu und wir bauen das lagerhaus irgendwo anders hin und wir bauen das lagerhaus irgendwo anders hin so hier machen wir jetzt zu das hat es nicht gegeben jetzt kommt auf einmal keine musik mehr da muss ich gleich nochmal nachsehen so warte mal warte mal so jetzt kommt musik so äh gut das lagerhaus und das lagerhaus und das lagerhaus Wo ist die Fackel? Egal. Und der Rest wird wieder zugemacht und dann sieht es hier genauso aus, wie es war. Dann müssen wir das halt woanders machen. Fragt sich nur, wo? Fragt sich nur, wo? Das sieht hier auch aus. Meine Güte. Mann, 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 Mann. Das sieht hier aus. Oder da hinten beim Park. Da könnte sowas auch gut hinkommen. So, unsere Allee, die sieht ganz süß aus. So, hier so hin. Hier wäre ja auch genug Platz, ne? Das ist dann praktisch der Weg, sagen wir mal, von hier vielleicht so abgeht und dann hier ein Lagerhäuschen ist. Wäre doch gar nicht mal so eine schlechte Idee. So, ich, äh, gehe mal pennen. Dann hört der Regen auch vielleicht eben auf. Wünschen würde ich es mir. So. Ich muss gleich mal gucken nach der Musik. Das ist ja unfassbar. Dass die nicht läuft. So. Und? Es hat aufgehört. Aber prima, ich bin so glücklich. Habe ich noch Holz? Ja, ich habe noch Fichtenholzbretter. 50 Stück, was auf gar keinen Fall reichen wird. Hier haben wir noch Eichenholz. Die können wir uns mal nehmen. Was ist da in der Kiste noch? Okay. Ähm. Ich werde mir mal die Fackeln hier mal annehmen. Ähm. Mir kommt ne Idee. Das könnten wir mal machen. Warte mal. Mal gucken, ob das, äh. Warte mal. Werden wir eh alles brauchen. Darf haben wir abgesehen. Ähm. Äh. Scheiß Gras. Gut. Ähm. Ich mache hier jetzt mal. Das müsst ihr jetzt nicht alles sehen. Ich mache hier mal ein bisschen. Befreie mal die Fläche von dem Rasen. Und dann, äh. Werden wir mal in der nächsten Folge. Gucken wir dann mal, wie das Lagerhäuschen denn aussehen könnte. Bis dahin sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Hurd's dann, wie Idee be见, aber es ist, wie Sie ein bisschen, wie wenn du bei dir seinab ich will. Und das lassen sich, wie Sie hier rüber independentistliche Mühse. Bebar.